Die schwerste Beleidigung ist es, verschont zu werden. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Mir entkommst du nicht. Komm raus, vielleicht lasse ich dich leben. Da bist du. Dummkopf! Wusste ich es doch. Wird nichts gewesen sein. Nichts hier draußen. War wohl doch nichts. Das wirst du mir büßen. Verdammt sollst du sein. Degeneriertes Pack. Weg hier. Abmarsch. Vor mir versteckt sich keiner. Mir entkommst du nicht. Ich werde dich finden. Degenerierte. Genau. Lauf nur weg. Feigling. Weiter kämpfen. Weiter vorwirken. Stirb, Verderbter. Tod den Feinden der Legion. Für Caesar. Sprengung, Brüder. Aufpassen, Brüder. Rückzug. Lauft, Brüder. Lauft. Gehen Sie, solange es noch geht. Gehen Sie weiter, sonst garantiere ich für nichts. Sie gehöre nicht hierher. Ah, ah, oh, ah, ah, ah. Mir entkommst du nicht. Dich wie ein Feigling zu verstecken, wird dich auch nicht retten. Bei Caesar. Ich werde dich finden. Du gehörst mir. Ich sehe dich. Da bist du. Wenn sie wiederkommen, sind sie tot. Scheinen weggelaufen zu sein. Habe sie verscheucht. Keine Chance gegen die Lidschen. Vergeltung. Rache. Revanche. Ein fairer Kampf. Noch mehr Würmerfutter. Die Schwachen müssen sterben. Was war das? Ich habe was gehört. Aber? Ist da jemand? Eine weitere Kerbe. Stirb, Feigling. Tod den Verdärmten. Stecken Sie das weg. Passen Sie auf Ihre Waffe auf. Sie denken wohl, ich sehe das nicht. Führen Sie mich nicht in Versuchung. Ich weiß, was Sie da treiben. Granate. Sprengung. Sie haben keine Ehre. Sie entehren sich. Ehrloser Dieb. Bennys Theorie, soweit ich das bei all dem Geschrei verstehen konnte, war, dass Mr. House da unten irgendeine ultimative Waffe versteckt. Ein riesiger Roboter, der uns alle zertrampeln wird. Wen interessiert das schon? Egal, was es ist. House hat es gebaut und es muss zerstört werden. Wie kann ich das einfach genug ausdrücken? Wenn Sie mal ein Buch lesen würden. Wären Sie mit solchen philosophischen Theorien vertraut. Die grundlegende Prämisse ist es, dass Geschichte eine Abfolge dialektischer Konflikte ist. Jede Dialektik beginnt mit einer These, die automatisch ihr Gegenteil enthält. Oder schafft. Eine Antithese. These und Antithese. Der Konflikt ist unvermeidbar. Aber die Auflösung des Konflikts bringt etwas Neues. Eine Synthese, die die Fehler in beiden beseitigt und neue Elemente und Ideen schafft. Die Bomben sorgten für Tabula rasa. Die menschliche Zivilisation ist auf ein Niveau gesunken, bei dem der kulturelle Fortschritt gleich Null ist. Die RNK hat alle Probleme der alten römischen Republik. Extreme Bürokratie, Korruption, interne Machtkämpfe im Senat. Und wie bei der alten Republik ist die logische Folge, dass eine Militärmacht die RNK erobert und in eine Militärdiktatur umwandelt. These und Antithese. Der Colorado ist mein Rubikon. Der Rad der RNK wird ausgelöscht. Aber die neue Synthese wird auch die Lidchen verwandeln. Von einer nomadischen Armee zu einem stehenden Militär, das seine Bürger und die Macht seines Diktators beschützt. Als ich 20 war, schickten mich die Anhänger nach Osten zum Grand Canyon. Es war meine erste Expedition. Nur ich und ein Arzt namens Calhoun. Als Anthropologe und Sprachforscher sollte ich die Dialekte der Stämme des Grand Canyon lernen. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Wenn Sie glauben, es sei nützlich, intelligenten Leuten beizubringen, wie Wilde zu reden. Sind Sie ein Anhänger der Apokalypse oder ein Idiot? Wie dem auch sei. Wir haben einen Mormonen-Missionar getroffen, der bereits einige Dialekte kannte. Joshua Graham. Er sollte sie mir beibringen. Aber bevor wir weit kamen, nahm uns der Stamm der Schwarzfüße gefangen, um Lösegeld für uns zu erpressen. Sie waren ein zurückgebliebener Haufen. Aber das eigentliche Problem war, dass sie keine Ahnung hatten, wie man kämpft. Die Schwarzfüße waren im Krieg mit sieben anderen Stämmen. Alle so lächerlich wie sie selbst. Aber gegen diese Übermacht hatten sie keine Chance. Eine Geisel zu sein, ist eine Sache. Es ist eine andere, an ein sinkendes Schiff gekettet zu sein. Also wurde ich trotz Calhouns Protesten aktiv. Ich lehrte sie, ihre Schusswaffen einzusetzen. Wie man sie zerlegt und reinigt. Wie man beim Abdrücken atmet. Wie man nachlädt. Sie sahen mich an wie einen Hexer. Also brachte ich ihnen die Herstellung von Sprengstoffen bei und unterrichtete sie in der Taktik kleiner Einheiten. Wenn ich als Anhänger der Apokalypse eines gelernt habe, dann, dass alte Bücher eine Menge wertvoller Informationen enthalten. Divide et Impera. Teile und Herrsche. Ich führte die Schwarzfüße gegen das Bergvolk ins Feld, ihren schwächsten Gegner. Als diese sich nicht ergeben wollten, ließ ich alle Männer, Frauen und Kinder töten. Dann umzingelten wir die Kaibab, die sich ebenfalls weigerten. Das war neu für die Stämme, verstehen Sie? Sie spielten Krieg, überfielen einander, ein wenig Vergewaltigung und plündern hier, ein wenig Lösegeld da. Ich habe ihnen den totalen Krieg gezeigt. Wie gesagt, aus alten Büchern kann man eine Menge lernen. Ich führte einen ihrer Gesandten zum Dorf des Bergvolks und zeigte ihm die Leichenberge. Die Kaibab schlossen sich mir an und danach die Fredonia. All die lächerlichen Stämme mit ihren Namen, die schon bald vergessen waren. Ich wusste von Anfang an, dass ich diese störenden Stammesidentitäten durch eine monolithische Kultur, eine einheitliche Identität ersetzen musste. Also tat ich das, sobald mein Stammesverband groß genug war. Ich krönte mich zum Cäsaren und schuf einen einzelnen großen Stamm. Meine Leichen. Ich schickte Calhoun, den Anhänger, der mit mir gefangen genommen wurde, zurück nach Westen mit der Nachricht, dass ich keine Einmischung dulde. Joshua Graham, der Mormonen-Übersetzer, blieb bei mir als mein erster Legat. Ganz recht. Jahrzehntelange Kriegsführung, Aufnahme kleinerer Stämme, Sammeln von Macht. Die Schlacke in eine riesige, scharfe Sense schmieden. Die Expansion meiner Legion dauert immer noch an. Ein Großteil von Utah und Colorado sowie ganz Arizona und New Mexico gehören mir. Wir haben eigene Städte, aber nichts im Vergleich zu Vegas. Endlich wird meine Legion ihr Rom haben. Alles, was sein muss. Infiltration, Attentate, dramatische Gräueltaten, um die Moral des Feindes zu brechen, etc. Sie sind geistig flexibel. Sie operieren längere Zeit hinter feindlichen Linien und imitieren die Bräuche des Feindes, ohne sich schmutzig zu machen. In all diesen Dingen ist Wulpes ein Meister. Ich weiß, dass er tot ist. Er ist kein Faktor mehr. Mehr muss ich nicht wissen. Verlierer spielen keine Rolle in den Geschichtsbüchern. Er ist eine armselige Fußnote. Lucius führt meine Leibwache seit nunmehr fünf Jahren an. Zuvor diente er acht Jahre lang als unterstellte Wache. Kein Eingeladener hat es bisher gewagt, ihn herauszufordern. Vielleicht ist das eine Frage des Respekts. Er ist nicht mehr der Jüngste. Das wird Ihnen Angst machen. Wenn ich aus der Ferne töten kann, wen ich will, dann wissen Sie, dass Sie nur noch am Leben sind, weil ich das so will. Sie müssen verstehen, dass Kimbel ein Symbol ist. Ohne ihn gäbe es keine Besetzung der Mojave durch die R.N.K. Er hat die Truppen gesammelt. So viele sein Senat ihm erlaubte. Und sie losgeschickt. So viele gute Gründe. So viel falsche Durchführung. Jede Invasion durch eine Demokratie ist eine halbherzige Angelegenheit. Wenn Kimbel stirbt, schreckt die R.N.K. vor der Mojave und seinem Erbe zurück. Wenn Sie sich erholt haben und einen Gegenangriff planen, läuft meine Invasion bereits. Lanius ist schonungslos. Auch schonungslos loyal. Aber nur mir gegenüber. Er hat nichts für meine Legion übrig. Aber das muss kein Nachteil sein. Seine Männer liegen ihm nicht am Herzen. Verluste auf dem Schlachtfeld sind ihm egal. Es geht ihm allein darum, den Feind zu zerstören. Wenn ein anderer Legat oder Zenturio keine Ergebnisse erzielt, schicke ich Lanius, um die Situation zu bereinigen. Als erstes prügelt er den Befehlshaber, der versagt hat vor versammelter Mannschaft zu Tode. Dann befiehlt er das Dezimatio-Ritual. Das Wort bedeutet Dezimierung. Aber im alten Rom hatte es eine ganz bestimmte Bedeutung. Eine Bestrafung für Feigheit. Die Legionäre treten in Reihe an. Jeder zehnte Mann tritt nach vorne und wird von seinen Brüdern zu Tode geprügelt. Das sorgt für einen gewissen, robusten Gehorsam. Ja, dieses Mal haben meine Legionäre mehr Angst vor dem Befehlshaber hinter ihnen, als vor dem Feind vor ihnen. Dieses Mal gibt es kein Versagen, keinen Rückzug, kein jahrelanges Sammeln von Sklaven und Ressourcen für einen weiteren Angriff. Wenn Lanius die Legion nach vorne peitscht, wird der Damm eingenommen werden. Er wird unser Brückenkopf über den Colorado sein. Das wird nicht nochmal vorkommen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und ich habe gehört, dass es eine schlechte Idee ist, den Zorn Caesars auf sich zu ziehen. Wechseln Sie das Thema. Der Rat wagte es nicht, sich gegen Sie zu stellen. Sie war zu beliebt. Ihr gehörte das Herz des Volkes. Seit sie ihre Königin verloren hat, ist die RNK schwächer, unfokussierter. Die Demokratie ist ihre Schwäche, nicht ihre Stärke. Also lief alles mehr oder weniger reibungslos. Und nach ihrem Tod? Als es eine echte Demokratie hätte geben können? Was passierte dann? Natürlich. Der mächtigste der meiner Legion je gegenüberstand. Auch der erste, dem ich in ideologischer Hinsicht entgegenstehe. Bisher waren alle Stämme, die ich erobert habe, so zurückgeblieben, dass die Versklavung ein Geschenk an sie war. Meine Eroberung der Mojave wird ein glorreicher Triumph, der die Wandlung der Legion von einem Nomadenstamm zu einem wahren Imperium kennzeichnet. So wie mein Namensvetter in Galien gekämpft hat, bevor er den Rubikon überschritt, werde ich nach meinem Feldzug den Colorado überschreiten. Ich weiß, dass er ein Feigling ist, der sich hinter einer Roboterarmee in seinem Turm versteckt, wie ein Zauberer in einem dieser Grugneck-Comics. Manche sagen, er sei ein Mensch. Andere behaupten, er sei eine Maschine. Mir ist das einerlei. Er steht im Weg. Ich habe die regionalen Stämme hinsichtlich ihrer Nützlichkeit analysiert. Vielleicht erzähle ich Ihnen später mehr davon, wenn mir danach ist. Hier, dieses Dokument enthält eindeutige Anweisungen darüber, was als nächstes ansteht. Hier, diese schriftlichen Befehle enthalten genaue Informationen. In diesen schriftlichen Befehlen steht, wie sie weiter vorgehen sollen. Wenden Sie sich bezüglich Ihrer nächsten Mission an Vulpes. Weitere Anweisungen erhalten Sie von Vulpes. Gehen Sie zu Vulpes. Er wird Sie einweisen. Es gab einst Geschichten über einen Kannibalenstamm bei Vegas, der sich tief in einer Höhle versteckt und Jagd auf die Oberflächenbewohner macht. Meine Späher im Westen berichteten von der Geschichte, hatten aber nie Kontakt. Nun, außer vielleicht die, die nicht wiederkehrten. Es gibt Gerüchte, dass die Feinschmecker dieser verlorene Stamm sein könnten. Vielleicht können Sie sie bei Ihrer Selbstfindung unterstützen. Wenden Sie sich bezüglich Ihrer nächsten Mission an Lucius. Weitere Anweisungen erhalten Sie von Lucius. Gehen Sie zu Lucius. Er wird Sie einweisen. Ich habe das römische Imperium genau deshalb als Vorbild für meine Legion verwendet, weil es so ausländisch so... fremd war. Ich hatte gesehen, was aus den Versuchen der RNK geworden ist, die Kultur des Vorkriegsamerikas zu kopieren. Die Zerstörtenheit. Die Korruption. Es verpflichtete seine Bürger einem Konzept, das größer war als sie selbst. Dem Konzept von Rom als Entität. Rom war meine Vorlage für eine Gesellschaft, die der postnuklearen Welt gewachsen war. Eine Gesellschaft, die überleben konnte und würde. Rom war eine hochgradig militarisierte Autokratie, die alle ausländischen Kulturen, die es eroberte, in sich integrierte. Eine Gesellschaft, die mit einer neuen Pax Romana verhindern könnte, dass die Menschheit in dieser neuen Welt zersplittert und sich selbst zerstört. Das bedeutet eine nationalistische, imperialistische, totalitäre, homogene Kultur, die die Identität aller eroberten Gruppen beseitigt. Langfristige Stabilität um jeden Preis. Der Wert der Einzelpersonen beschränkt sich auf ihre Nutzen für den Staat als Kriegs- oder Produktionswerkzeug. Nein, sondern weil die Zerstörung unvermeidbar ist. Hegels Dialektik. Nicht persönliche Abneigung. Eins muss man dem Scheißkerl lassen. Er war entschlossen. Hat sich mit einem Vorkriegstangerät in einem Litschenboot über den Fluss gestohlen. Offenbar ist dem Gerät am Ziel der Saft ausgegangen. Aber er war wie ein Legionär gekleidet. Wir haben ihn vor der Wetterstation erwischt. Das Problem war seine Frisur. Da macht er sich so viel Mühe und scheitert, weil er zu eitel ist, seine Frisur durcheinander zu bringen. Ironischerweise wurde ich selbst als Verderbter geboren. Als Bürger der RNK. Meine Familie lebte beim großartigen Boneyard. Ich war zwei Jahre alt, als Raider meinen Vater töteten und meine Mutter sich an die Anhänger wandte. Sie fand Arbeit in ihrer Bibliothek, wo sie kochte und putzte. Ich lernte lesen und nahm schon bald an Unterrichten teil. Kostenfrei. Oh ja, in dieser Tradition wurde ich erzogen. Und ich lernte, dass es meine Aufgabe ist, die Fackel des Wissens ins Ödland zu tragen. Vielleicht habe ich das mit der Fackel etwas wörtlicher genommen als beabsichtigt. Möchten Sie meine Meinung als früherer Bürger oder als zukünftiger Eroberer? Naja, ist eigentlich dieselbe. Als junger Mann wurde mir beigebracht, Präsidentin Tandy von Shady Sands zu verehren, die Gründungsmutter der Republik Neu-Kalifornien. Wussten Sie, dass sie 52 Jahre lang im Amt war? Und dass Ihr Vater Aradash der erste Präsident der Republik war? Hört sich das für Sie nach Demokratie an? Oder eher nach Erbdiktatur? Wenn ich Ihnen befehle, eine Mission zu erfüllen, dann sollten Sie sie erfüllen oder beim Versuch sterben. Sie haben mich eine perfekte Chance gekostet, die Moral der Verderbten zu untergraben. Nur Ihre bisherigen Erfolge retten Sie gerade vor dem Kreuz. Ich werde über diesen Fehler hinwegsehen. Aber nur, weil ich der Meinung bin, dass Sie sich noch als nützlich erweisen können. Und Sie glauben, dass der Angriff auf Hilius und das Chaos, das in den Reihen der Verderbten entsteht, es wert sind, sie am Leben zu lassen. Nun denn, so sei es. Früher oder später müssen wir uns um die Bruderschaft kümmern. Aber im Augenblick dürfen Sie leben, um zu dienen. Und Sie glauben, dass Ihnen das reichen wird? Wie lange wird es dauern, bis Sie den Damm angreifen? Oder Vegas? Das ist das Risiko nicht wert. Gehen Sie zurück in Ihren Bunker und beenden Sie die Angelegenheit. Gut, das ist ein Anfang. Aber jetzt müssen Sie sie dazu bringen, meine Leachen zu unterstützen. Sagen Sie ihnen, dass Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten beibehalten dürfen. Einen Teil von dem, was Sie erobern, dürfen Sie essen. Gut. Ihre erste Herausforderung wird sein, Ihre Siedlung zu erreichen, ohne in die Luft gesprengt zu werden. Danach sollte es einfacher werden. Ich habe Sie gewarnt, dass Ungehorsam einen hohen Preis haben wird. Sie haben mir wohl nicht zugehört. Pretorianer, tötet diese Nervensäge. Zu den Waffen, Pretorianer! Ach, wirklich? Und da wundern Sie sich, warum meine Legion nicht wirklich begeistert von Ihnen ist? Also erklären Sie mir das. Es interessiert mich wirklich. Ich bin gefürchtet. Aus gutem Grund. Aber Sie, gerade Sie, wagen es hierher zu kommen und vor mir, dem mächtigen Caesar, zu stehen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie wissen, warum ich Sie treffen wollte, nicht wahr? Ein Mann tötet Sie fast. Also verfolgen Sie ihn quer durch die gesamte Mojave? Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte Ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Sie ermorden den Anführer der Vorsitzenden in seinem eigenen Casino und kommen damit durch? Sie besuchen das Tops und plötzlich flieht der Anführer der Vorsitzenden wie ein winselnder Welpe vom Strip? Mission erfolgreich, Arschloch! Ich hätte es nie vermutet, wenn Sie es mir nicht gesagt hätten. Aber jetzt muss ich Sie töten lassen. Hören Sie zu! Von jetzt steht auf jedes weitere Verbrechen die Todesstrafe. Keine Ausnahmen. Ich werde Sie von meinen Praetorianern in Stücke hacken lassen. Zu meiner Unterhaltung. Verstehen wir uns? Und jetzt zurück zum Geschäft. Kommen Sie wieder, wenn Sie Neuigkeiten über die Rumser haben. Reden Sie auf dem Weg nach draußen mit Benni. Er weiß, dass Sie seine Todesart auswählen. Vielleicht wollen Sie ihm das noch unter die Nase reiben. Gehen Sie also zu diesem Gebäude und nehmen Sie diesen verdammten Platinship mit. Meine Legionäre erwarten Sie dort mit Ihrer Ausrüstung. Was haben Sie da gerade gesagt? Vulpes in Kulta. Einer meiner besten Frumentari ist tot. All die Bestechungsgelder an die Omurtas haben mir nichts gebracht. Die Großkarne sind nicht wirklich erpicht darauf, für meine Legion zu kämpfen. Die Garnison, die ich bei Nelson aufgebaut hatte, wurde ausgelöscht. Jahre sorgfältiger Planung, um einen Maulwurf in Camp McCarron einzuschleusen. Für die Katz. Die Kings von Freeside arbeiten jetzt mit der RNK zusammen. Was bedeutet, dass mehr Soldaten für die Verteidigung des Dams zur Verfügung stehen. Sie haben sogar ein vielversprechendes Waffengeschäft mit den Van Graffs zum Scheitern gebracht. Anschließend passiert etwas mit den Roboton von Mr. House? Irgendein militärisches Upgrade? Aber die Krönung? Der Coup de Gras? Mr. House stirbt. Während Ihres Besuchs am Lucky 38. Puh. Wenn Sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Sie müssen an Ihrem Blutdurst arbeiten. Wir unterhalten uns erst wieder, wenn Benni tot ist. Gehen Sie, wenn Sie wollen. Aber dann endet er an einem Kreuz. Sie treffen dennoch eine Wahl. Betrachten Sie das als die erste zahlreicher Schenkungen. Was stimmt mit Ihnen nicht? Dieser Mann hat auf Sie geschossen, Sie bestohlen und Sie zum Sterben in der Wüste zurückgelassen. Beantworten Sie die Frage. Auf Wiedersehen. Er wurde mitsamt des Platinschips zu mir gebracht. Dadurch wusste ich, dass er kein Spion der Verdammten war. Benni wollte mir eine Geschichte auftischen. Aber Lucius ist geschickt darin, die Wahrheit aus Gefangenen herauszubekommen. Und auch den ganzen Rest. Aber beeilen Sie sich. Gut. In Hoc signotaurus vinces. Melden Sie sich umgehend bei Legat Lanius. Er wird Sie in den Schlachtplan einweilen. Kehren Sie zurück als Sieger. Oder gar nicht. Ich ließ ihn behandeln. Er war verstümmelt. Der Großteil seines Gesichts war zerfetzt. Es hat Tage gedauert, bis er wieder bei Bewusstsein war. Ich trat an sein Bett und zeigte ihm den Helm, den ich für sein Gesicht hatte schmieden lassen. Ich bot ihm den Helm für seine Dienste. Er nahm an. Aber er wollte die überlebenden männlichen Stammesmitglieder töten. Ich stimmte zu, beschränkte es aber auf die Erwachsenen. Er hat 15 von ihnen getötet, bevor sie ihn überwältigen konnten. Er hat es natürlich überlebt. Die Gier regiert. Die Regierung ist korrupt und lässt sich von Brahmen-Baronen und Grundbesitzern bestechen. Sehr zum Leidwesen der Bürger. Die RNK ist ein loser Zusammenschluss von selbstsüchtigen Einzelpersonen. Sie kennen keine Tugend und scheren sich nicht um das Allgemeinwohl. Die RNK ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Ich beschleunige lediglich das Unvermeidbare. So etwas nennt man einen Autodock. Wie der Name andeutet, ist es ein automatischer Arzt. Mehr oder weniger. Er kann sich um Knochenbrüche und Schnitt-, Stich- und Schurffunden kümmern. Ich setze ihn für meine Günstlinge ein. Das ist ein mächtiges Geschenk. In einer Kultur, die Schmerzmittel verbietet und größtenteils über keine medizinischen Kenntnisse verfügt. Verdammter Mist! Ich werde mich hinlegen. Kommen Sie später wieder. Morgen! Noch nie so schlimm. Wonach sieht es denn aus, Arschloch? Lassen Sie mich erstmal zu meinem Stuhl gehen. Ich sagte, lassen Sie mich erstmal zu meinem Stuhl gehen. Wenn ich Ihnen befehle, eine Mission zu erfüllen, dann sollten Sie sie erfüllen oder beim Versuch sterben. Ich werde über diesen Fehler hinwegsehen. Aber nur, weil ich der Meinung bin, dass Sie sich noch als nützlich erweisen können. Gut, ich weiß nicht, wie die Sicherheitsvorkehrungen im Lucky 38 aussehen. Aber wenn Sie ihn unvorbereitet erwischen können, sollten Sie das tun. Ich muss Ihnen den Grund für meine Befehle nicht erklären. Ich erteile Sie. Und Sie befolgen Sie. Und dennoch höre ich mit Unteräußerungen, die so ignorant sind, dass ich darauf eingehen muss. Zum Beispiel jetzt. Die Moral der Verderbten ist im Arsch. Sie besitzen die Mojave seit Jahren und werden nacheinander ausgeschaltet. Damit hatten Sie nicht gerechnet. Man sagt Ihnen laufend, dass der Sieg zum Greifen nahe ist, dass Vegas sich ergeben und zum sechsten Staat ihrer kleinen Union werden wird. Präsident Kimball erzählt Ihnen diese Geschichten. Wenn er tot ist, wird das Ausmaß seiner Lügen deutlich wie die Pointe eines schlechten Witzes. Wenn ich sage, dass die Bruderschaft zerstört werden muss, dann ist das auch so. Meine Region kann die Bruderschaft bezwingen. Aber zu einem hohen Preis. Sie sollen dafür sorgen, dass es keine Bruderschaft zu bezwingen gibt. Ist das so? Sie sind wirklich gut. Wissen Sie das? Jetzt, wo die Rumser erledigt sind, kann ich mich auf andere Vorbereitungen konzentrieren. Ihre Initiative wird natürlich belohnt. Dann mal weiter. Oh, Sie werden den Platinschip bekommen. Und dann werden Sie ihn so verwenden, wie ich es Ihnen sage. Gut, weiter. Damit haben Sie diese Bedrohung absolut zufriedenstellend beseitigt. Beeindruckend, dass Sie es durch Ihr Sperrfeuer geschafft haben. Nun zu Ihrem nächsten Auftrag. Ich habe überall Augen und Ohren. Es geziemt sich doch kaum für mich, den Westen blind und taub zu erobern, hm? Es war nicht allzu schwer, Ihre Fortschritte zu verfolgen. Schließlich haben Sie sich nicht gerade unauffällig verhalten. Wolpes ist mein bester Frumentarius. Ein beeindruckender Mann aus einem wenig beeindruckenden Stamm, der aus dem Süden des Utah stammt. Er kam als Knabe in die Legion, überlebte die Ausbildung und schlug sich als Legionär gut genug, um zum Dekanus befördert zu werden. In einer Schlacht gegen einen kleinen Stamm führte er gegen alle Befehle seine Männer durch eine Verteidigungslücke und nahm den Häuptling gefangen. Nun, sein Centurio wollte ihn wegen Ungehorsams ans Kreuz schlagen lassen. Also ernannte ich ihn zum Frumentarius. Ich würde Benni nicht einmal das Lecken meiner Stiefel anvertrauen. Diesen Auftrag müssen Sie übernehmen. Sie sind also nutzlos. Sie haben keine Möglichkeit, die Ergebnisse zu beeinflussen. Also muss sich Ihre Inkompetenz irgendwie ausgleichen. Ich rate Ihnen, bei Ihrem nächsten Auftrag bessere Ergebnisse zu liefern. Mir gefällt diese unterwürfige Einstellung. Weiter so. Gut. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Legion unterstützen, wenn die Zeit reif ist. Nun zu Ihrem nächsten Auftrag. Monate habe ich die Omertes bestochen und ihren Verrat gefördert. Alles für nichts. Sonst noch Verbrechen zu beichten? Wir kümmern uns zu gegebener Zeit um Benni. In der Zwischenzeit... Wir reden zu gegebener Zeit über den Platinship. In der Zwischenzeit... Benni ist mein Gefangener. Sie werden das mit ihm erledigen, wenn Sie das mit mir erledigt haben. Keine Angst. Sie werden seinen Platinship bekommen. Und dann werden Sie ihn so verwenden, wie ich es Ihnen sage. Zu mir, Praetorianer! Weil er die Einschätzung der Mächte komplizierter macht. Er ist unabhängig und damit ein unberechenbares Element. Wenn er sieht, dass die Verderbten diese Schlacht verlieren, könnte es sein, dass er sie unterstützt. Beziehungsweise nicht, weil er ja tot sein wird. Sicher will er diese Schlacht aussetzen wie schon vor vier Jahren. In der Hoffnung, dass Legion und Verderbte sich gegenseitig erledigen. Und deshalb haben Sie meine Garnison bei Nelson ausgelöscht? Diese strategisch entscheidende Garnison? Was sonst noch? Sie waren früher so gewieft? Wie sind Sie plötzlich zu einem Versager geworden? Bei diesem nächsten Auftrag erwarte ich bessere Ergebnisse. Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Zuvor möchte ich, dass Mr. House von der Bildfläche verschwindet. Nicht nur der Mann, den Sie getötet haben, sondern auch sein Erbe. Dann an die Arbeit. Stimmt. Unter normalen Umständen würde es nicht wieder vorkommen, weil Sie das Kreuz erwarten würde. Oder ein noch schlimmeres Schicksal. Nur Ihren außergewöhnlichen Diensten mir gegenüber ist es zu verdanken, dass ich über dieses Versagen hinwegsehe. Vergessen Sie nicht, was Sie wiedergutmachen müssen. Und wie sehr Sie sich bei Ihren nächsten Aufgaben beweisen müssen. Kultur ist etwas Seltsames. Manchmal wird ein Stamm seiner Identität überdrüssig und lächzt nach einer Gelegenheit, eine neue zu finden. Der Stamm wird zu seiner eigenen Antithese. Alles kehrt sich ins absolute Gegenteil. Die Dialektik lehrt uns, dass das nicht von Dauer sein kann. Es muss eine Synthese geben, ein finales Aussortieren. Oh, Sie wollen sich mir widersetzen? Sie verbreiten die Kunde über das Massaker von Niphthen, genau wie es Vulpes von Ihnen erbeten hat. Lichtstrahlen sind über Helios One aus dem Himmel geschossen und haben, wer weiß, wie viele Soldaten der Verderbten getötet. Silus, der Zenturio, der gefangen genommen wurde, starb bei McCarran, bevor er geheime Informationen preisgeben konnte. Sie haben Zenturio Silus aus McCarran befreit, damit er für seine Feigheit bestraft werden kann. Die Einschienenbahn, mit der die Verderbten von McCarran zum Strip gelangten, wurde zerstört. Sie haben ein Massengrab aus Camp Fallen Hope gemacht. Chief Hanlon, ein Erzfand meiner Legion, hat den entwürdigenden Tod gefunden, den er verdient hat. Sie haben die abtrünnigen Großkarne in Boulder City entkommen, aber R&K-Soldaten in ihrem eigenen Blut ertrinken lassen. Dank Ihnen gibt es eine Reihe R&K-Ranger-Stationen weniger in der Mojave. Ich verstehe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und jetzt treten Sie vor den mächtigen Caesar, um was zu tun? Ihre Dienste anzubieten? Ja, aber dann müsste ich sie töten. Ich weiß es nicht. Und Dinge nicht zu wissen, gefällt mir nicht. Ich weiß, dass Mr. House das Ding gebaut hat. Ich glaube, dass es eine Waffe ist, die er aus der Ferne aktivieren kann. Zuhören sollten Sie. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Mann mit Potenzial, der von seinem feigen politischen Kontext zurückgehalten wird. Wussten Sie, dass er General war? Der Held der Mojave. Diesen Titel bekam er für das Ausrotten kleiner Stämme, die es gewagt hatten, R&K-Bürger anzugreifen. Seine Reaktion war schnell und drakonisch. Präsidentin Tandy, die Gründungsmutter, hat feindliche Stämme verhätschelt. Ihre Nachfolger waren weniger naiv und ließen Kimbell frei handeln. Und was macht er nach einer respektablen Militärkarriere? Er wird ein Politiker. Und das durch eine Wahl. Gibt es eine bessere Möglichkeit, das Wachstum von Anführern zu behindern, ganz zu schweigen von dem ganzer Kulturen? Ein Anführer sollte nicht vor seinen Untergebenen zu Kreuze kriechen müssen. Das behindert nur seine Fähigkeit, effektiv Ergebnisse zu erzielen. Hätte er das Amt gewaltsam mit einem Staatsstreich an sich gerissen, sähe die Sache anders aus. Sieht aus, als würde ich das für ihn erledigen müssen. Meine Praetorianer verkörpern das kriegerische Ideal der Legion. Jeder Einzelne hat genug erobert und getötet, um den Rang eines Centurio zu verdienen. An diesem Punkt lade ich sie ein, meiner Leibwache beizutreten. Der Eingeladene fordert dann die in seinen Augen schwächste Wache heraus. Der Kampf geht bis zum Tode. So verhindere ich, dass meine Wache selbstgefällig wird. Ich erwarte umgehend Ergebnisse. Dann müssen Sie eben ganz besonders überzeugend sein. Oder Sie töten sie. Zumindest Ihre Anführer. Und jetzt dann die Arbeit. Sie vergeuden hier meine Zeit. Haben Sie eine Ahnung, was für ein Aufwand es war, einen Maulwurf bei Camp McCarron einzuschleusen? Was haben Sie sonst doch angerichtet? Die Rumpser haben sich vor vielen Jahren bei der alten Luftwaffenbasis nordöstlich von Vegas breitgemacht. Niemand weiß genau, wie lange das her ist. Möglicherweise hat die ganze Zeit über niemand mit Ihnen gehandelt oder gesprochen. Falls dem so ist, hocken Sie auf einem riesigen Munitionsdepot. Meine Späher haben Bewegungen um die Basis festgestellt. Die Umgebung wird bewacht und die Aufklärer in den Türmen dirigieren das Artilleriefeuer. Sie müssen über außergewöhnliche Beobachtungsmöglichkeiten verfügen. Meine Späher wurden über extreme Entfernung ins Ziel genommen. Also ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie in der Basis erwartet. Außer den Rumsern hat sie noch niemand betreten. Lanius ist mein fähigster Befehlshaber auf dem Schlachtfeld. Manche nennen ihn einen großen Mann. Aber ich weiß nicht, ob der Begriff passt. Einst war er der größte Krieger der Borkenfelle. Eines Stamms des Arizona. Ein Berserker. Manchmal hat er Patrouillen der Legion alleine überfallen. Als wir nach einigen Monaten das Lager der Borkenfelle gefunden und umzingelt hatten, hisste ihr Häuptling die weiße Flagge. Der Krieger, der noch nicht Lanius war, wurde rasend vor Wut. Er erschlug seinen Häuptling und griff seinen eigenen Stamm an. Gut. Es ist hilfreich, Verbündete auf dem Strip zu haben, wenn wir den Hoover Damm einnehmen. Nun zu Ihrem nächsten Auftrag. Vielleicht sollte ich Sie blenden, damit mein Gesicht das Letzte ist, was Sie je sehen werden. Also. Wochenlange Bemühungen, diese erbärmlichen Karne in die Legion zu bringen. Für nichts. Sonst noch Verbrechen zu beichten? Die schlimmsten Impulse der Menschheit. Konzentriert in einem wahnsinnigen, zurückgebliebenen Stamm. Die Bruderschaft entstand wohl kurz, nachdem die Bomben gefallen waren. Genau weiß man es nicht. Sie kümmern sich nicht sonderlich um die Geschichte. Ein paar Gelehrte der Bruderschaft, die wir im Osten gefangen genommen hatten, kannten nicht einmal den Namen ihres Gründers. Roger Maxon. Sie wehrten ihre Mission gerne mit ritterlichem Gepränge auf. Aber in Wahrheit sind sie nur Hamsterer. Sie hamstern Technologie. Nach 200 Jahren haben sie immer noch die Mentalität von Sammlern. Sie sagen, dass sie diese Technologien erhalten. Aber wofür? Sie haben keine Vision. Sie bieten keine Zukunft. Sie sind eine Sackgasse. Natürlich eignen sie sich wegen ihres Hasses auf die RNK auf den ersten Blick bestens als Handlanger. Aber danach? Paladine sind sehr mächtig. Ich müsste überzeugt sein, dass die Vorteile in der Gegenwart die Kosten in der Zukunft wettmachen. Sie planen nie sehr weit voraus, nicht wahr? Lanius erwartet sie. Ihre Ankunft ist das Signal für ihn, dass es an der Zeit ist, den Angriff zu beginnen. Was sie erwartet? Die größte Schlacht, die die Menschheit gesehen hat, seit sie sich fast vom Antlitz der Erde gebombt hat. Und der größte Sieg. Taktisch wird es simpel. Töten und noch mehr töten. Vielleicht habe ich ein paar Überraschungen für die RNK, aber das muss sie nicht interessieren. Dann nutzen Sie der Legion nichts. Sie haben eine potenziell wertvolle Ressource vergeudet. Wenn Sie Ihren nächsten Auftrag nicht erfolgreicher durchführen, gibt es Ärger. Hören Sie genau zu, Sie Stück Scheiße. Das ist das letzte Mal, dass Sie einen meiner Befehle verweigern. Wenn Sie das ernst gemeint haben, sollten Sie jetzt besser gehen, und zwar so schnell Sie können. Und vergessen Sie, was ich Ihnen hätte geben können. Sollten Sie jemals erneut meinen Befehl missachten, werden meine Praetorianer Sie zu meiner Unterhaltung mit ihren Macheten in Stücke schlagen. Ganz richtig. Sie sollten gehen, weil Sie noch Arbeit vor sich haben. Und das haben Sie mir geglaubt? Wirklich? Denn leider muss ich Sie jetzt töten. Entspannen Sie sich. Ich nehme Sie nur auf den Arm. Die Stammesführerin ist eine gewisse Marjorie. Soviel ich weiß, ist sie eine starke Gegnerin einer Rückkehr zum Kannibalismus. Wenn Sie bei ihr kein Glück haben, wenden Sie sich an Mortimer, ihren Stellvertreter. Er sollte zugänglicher sein. Nehmen Sie den Platin-Chip, gehen Sie in den Bunker oder was auch immer das ist, und zerstören Sie, was auch immer Sie da finden. Ich bitte Sie nicht, das zu tun. Ich befehle es Ihnen. Und nur für den Fall, dass Sie erwägen, sich aus dem Staub zu machen, jetzt, wo Sie den Platin-Chip endlich haben. Das können Sie gerne versuchen. Dann lasse ich Sie aufspüren und Ihren Kopf auf einen Mast aufspießen. Und jetzt an die Arbeit. Wale, ich bitte Sie nicht, das zu tun. Ich befehle es Ihnen. Nehmen Sie den Platin-Chip, gehen Sie in den Bunker oder was auch immer das ist, und zerstören Sie, was auch immer Sie da finden. An die Arbeit. Wale. Ja, in der Tat. Wer kann mir also helfen, wenn Sie das nicht können? Dann besorgen Sie sich diese Gegenstände und kommen Sie schnell wieder, um die Operation durchzuführen. Wer weiß, wie lange ich noch habe. Dann besorgen Sie sich, was Sie brauchen, und nehmen Sie Nachhilfe in Medizin. Kommen Sie schnell wieder, sobald Sie sich die Operation zutrauen. Wer weiß, wie lange ich noch habe. Mit dieser Diagnose bin ich nicht vertraut. Kann man das behandeln? An meinem Zustand ist nichts mittelschwer. Und strengen Sie sich mehr an, wenn Sie sich Namen für Krankheiten ausdenken. Wer kann mir also helfen, wenn Sie das nicht können? Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber mir geht es blendend. Und wir haben andere Dinge zu besprechen. Nur wenn Sie in der Nähe sind. Ich habe gesagt, kümmern Sie sich um die Bruderschaft. Dann unterhalten wir uns. Vielleicht. Wale. Schon in Ordnung. Ich bin nur müde, das ist alles. Suchen Sie den Bunker der Bruderschaft bei, ähm, Hidden Wallet. Meine Späher haben einige Dinge gesehen. Ich gehe zu Bett. Wir reden später. Eine Woche, vielleicht zwei, ist doch egal. Verpissen Sie sich. Kommen Sie wieder, wenn Sie mehr über die Feinschmeckergesellschaft wissen. Gut. Zwei meiner Späher haben Patrouillen in Powerrüstung in der Nähe von Hidden Wallet gesehen. Beginnen Sie Ihre Suche dort. Sie haben den Bunker der Bruderschaft zerstört? Pff, sehr gut. Ich vertraue Ihrem Wort und werde sie belohnen, als hätten Sie diese Zerstörung auf mein Geheiß durchgeführt. Falls die Bruderschaft sich jedoch plötzlich gegen meine Herrschaft erhebt, mache ich Sie dafür verantwortlich. Dann mal weiter. Dann gehen Sie dort wieder hin und erledigen Sie Ihren Auftrag. Ich möchte, dass Sie alles zerstören, was Sie dort finden. Anschließend kommen Sie wieder hierher und berichten mir darüber. Einer meiner Frumentari hat ein Lager beim Huverdamm errichtet. Sein Name ist Cato Hostilius. Genau das wollte ich hören. Gehen Sie zu ihm. Er hat weitere Anweisungen für Sie. Ist das so? Sie sind wirklich gut, wissen Sie das? Wenn die Rums operieren, kann ich mich auf andere Vorbereitungen konzentrieren. Ihre Initiative wird natürlich belohnt. Dann mal weiter. Sehr gut. Durch diesen Sieg nähert sich meine Restrukturierung der Machtverhältnisse in der Mojave ihrem Ende. Und keine Sekunde zu früh. Ich glaube, dass die Verdärmten mich zwar immer noch mehr hassen als Sie, aber ich mache das alles hier auch schon länger. Diese Idee sollte nicht verbreitet werden. Wenn die Menschheit diesen Moment der Geschichte überleben soll, braucht sie Krieger, nicht Apparate. Sie kapieren es nicht, oder? Meine Waffen sind aus Blut, Fleisch, Sehnen und Knochen geschmiedet. Sterbliche Dinge. Sogar zerbrechliche. Und doch gehör ich mir meine Lidschen bis zum Tode. Warum? Weil sie leben, um dem Allgemeinwohl zu dienen und keine Alternativen kennen. Die Maschinen und Technologie von Haus. Was bieten sie? Doch nur die Möglichkeit eines Sieges ohne Opfer. Kein vergossenes Blut. Nur Schrauben. Ich wollte sagen, dass ich vorhatte, sie wegen einer Allianz vorsprechen zu lassen. Aber sie haben ja ihre Anführer getötet. Bis die Feinschmecker sich wieder gesammelt haben, ist die Schlacht am Hoover Dam längst vorbei. Also, weiter zum nächsten Tagespunkt. So etwas nennt man einen Autodog. Wie der Name andeutet, ist es ein automatischer Arzt. Mehr oder weniger. Er kann sich um Knochenbrüche und Schnitt, Stich und Schürfwunden kümmern. Ich setze ihn für meine Günstlinge ein. Das ist ein mächtiges Geschenk. In einer Kultur, die Schmerzmittel verbietet und größtenteils über keine medizinischen Kenntnisse verfügt. Verdammt nochmal! Ich werde mich hinlegen. Kommen Sie später wieder. Morgen! Wenn Sie mich noch einmal stören, lasse ich Sie töten. Ich höre. Und wo ist diese Arcade? Sie können die Vaults durchsuchen. Aber alle Autodogs, die meine Legion gefunden hat, waren schon längst ausgeschlachtet. Angeblich waren Autodogs Standard in den unterirdischen Vaults, die den Menschen vor Jahrhunderten unter Schlupf boten, als die Bomben fielen. Ein paar meiner Späher haben eine verlassene Vault bei der Nellys Air Force Base gemeldet. Angeblich von Ghoulen überrannt. Vielleicht ist diese Plage da schon so lange, dass Sammler nie die Vault betreten haben. Das sollten Sie sich vielleicht ansehen. Dachte ich mir schon. Gratuliere! Sie wurden gerade zu meinem Leibarzt befördert. Haben Sie, was Sie brauchen, um meine gesundheitlichen Probleme zu behandeln? Egal. Das passt schon. Mir geht es gut. Wo war ich gerade? Ah, stimmt. Hm. Hm? Ja. 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 Die Brüderschaft. Die. Ich habe ab und zu Kopfschmerzen. Und? Egal. Wir haben andere Dinge zu besprechen. Ich weiß nicht. Ein paar. Äh. Ich bin mir nicht sicher. Wo war ich? Stimmt. Die Bruderschaft. Tun Sie das. Und beeilen Sie sich. Gut. Er soll vor dem Zelt warten, wenn Sie wiederkommen. Wenn er mich heilt, werden Sie mit dem Vielfachen seines Wertes belohnt. Dann machen Sie sich auf den Weg. Und lassen Sie sich nicht zu lange Zeit. Noch nie. So schlimm. Wonach sieht es denn aus, Arschloch? Dann besorgen Sie sich chirurgische Instrumente. Die Medikamente einer Arzttasche könnten ebenfalls hilfreich sein. Ich werde dafür sorgen, dass Sie die notwendigen Medikamente ins Lager bringen können. Beeilen Sie sich. Wer weiß, wie lange ich noch habe. Wenn Sie das lustig finden, sollten Sie es mal mit einer Kreuzigung versuchen. Das ist echt zum Brüllen. Wer kann mir also helfen, wenn Sie das nicht können? Kümmern Sie sich um die Bruderschaft. Vielleicht können wir uns danach unterhalten. Meine Wachen werden ihn gefangen nehmen. Wenn er mich heilt, werde ich dafür sorgen, dass Ihre Belohnung ein Vielfaches seines Wertes beträgt. Ihm fehlt eine funktionierende Diagnoseeinheit. Ohne die kann er nicht für Operationen eingesetzt werden. Kommen Sie wieder, wenn Sie die stählerne Bruderschaft zerstört haben. Kommen Sie wieder, wenn Sie das zerstört haben, was Sie in diesem Bunker finden. Beenden Sie Ihre Mission und kehren Sie dann zu mir zurück. Wale, kommen Sie wieder, wenn Sie mehr über die Feinschmeckergesellschaft wissen. Kommen Sie wieder, wenn Sie die stählerne Bruderschaft zerstört haben. Kommen Sie wieder, wenn Sie das, was Sie in diesem Bunker finden, zerstört haben. Beenden Sie Ihre Mission und kehren Sie dann zu mir zurück. Wale, kommen Sie wieder, wenn Sie Neuigkeiten über die Rumse haben. Solange Mr. House noch lebt, haben wir nichts miteinander zu besprechen. Wir schaffen es irgendwie, einen Maulwurf bei McCarran einzuschleusen, der eine Bombe bei der Einschienenbahn legt. Und Sie entschärften sie? Für das Befolgen meiner Befehle gibt es Belohnungen. Heute ist Rache Ihre Belohnung. Sie dürfen entscheiden, wie Benni stirbt. Teilen Sie Benni Ihre Entscheidung mit. Meine Praetorianer kümmern sich um die Hinrichtung. Außer Sie wollen sie selbst durchführen. Sie fanden sicher Gefallen an Bennys Ableben. Die Zerstörung eines Feindes. Es gibt nicht viel, was befriedigender ist. Sie wissen alles, was Sie wissen müssen. Machen Sie sich auf den Weg. Sogar kurz vor der entscheidenden Schlacht haben Sie noch Fragen? Was möchten Sie denn wissen? Was möchten Sie sonst noch wissen? Jetzt, wo Mr. House kein Problem mehr ist, kann ich mich auf einige andauernde Komplikationen in der Mojave konzentrieren. Zuerst die Rumse, bei der Nellis Air Force Base. Ein Stamm, der so isoliert ist, dass er jeden, der ihm zur Nahe kommt, mit Artillerie beschießt. Sie werden Ihnen eine Allianz mit meiner Lidschen vorschlagen. Sie sollen Ihre Waffen auf die RNK-Seite des Dams richten, wenn ich ihn angreife. Und dafür behalten Sie Ihre Freiheit. Sollten Sie feststehen, dass Ihnen mein Angebot nicht gefällt, müssen Sie sie zerstören. Das selbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benni bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Das selbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benni bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Meine Garnison bei Nelson erfüllte einen wichtigen strategischen Zweck. Dachten Sie, Sie könnten sie auslöschen und ich würde es nicht herausfinden? Falls ich noch einmal von weiteren Verbrechen Ihrerseits höre, lasse ich sie von meinen Praetorianern vor meinen Augen zerlegen. Eines sollte klar sein. Da Sie mir bisher gut gedient haben, vergebe ich Ihnen Ihre Verbrechen gegen meine Lidschen. Dieses eine Mal, wenn Sie sonst noch Verbrechen begangen haben, sollten Sie sie jetzt beichten, da es später keine Vergebung mehr geben wird. Ich habe Sie gewarnt. Praetorianer, schlachtet diesen Degenerierten ab. Sie sind also der Kurier, der meiner Legion so viel Arger bereitet hat. Und doch wagen Sie es vor, mich zu treten. Und so treffe ich endlich den Kurier, der der Republik Neu-Kalifornien so viel Arger bereitet hat. Und so treffe ich endlich den Kurier, der so viel in so kurzer Zeit erreicht hat. Genau deshalb habe ich Sie hierher zitiert. Ich meine, ein Mann tötet Sie fast? Und Ihre Reaktion ist es, ihn quer durch die gesamte Mojave zu verfolgen? Ich habe den Nachruf von Mr. House gelesen. Hatte eine sehr hohe Meinung von sich selbst, nicht wahr? Die Frage ist, sind Sie bereit anzufangen? Wir haben nichts zu besprechen, bis Sie das mit Benny erledigt haben. Ich habe erfahren, dass Sie Silus befreit haben, bevor er auspacken konnte. Das gefällt mir. Silus hat sich selbst entehrt, indem er in Gefangenschaft geriet. Dafür wird er bezahlen. Aber die RNK hat nichts Brauchbares erfahren. Sie haben Fragen, obwohl Sie das mit der FSG noch nicht erledigt haben? Sie haben Fragen, obwohl Sie noch einen Präsidenten zu töten haben? In Ordnung. Dann sprechen wir das Offensichtliche mal an. Mit mir stimmt etwas nicht. Die Kopfschmerzen fingen vor ein paar Monaten an. Anfangs waren sie nicht allzu schlimm. Aber jetzt kommen sie häufiger und sie sind lähmend. Seit zwei Wochen ziehe ich mein linkes Bein hinter mir her. Es ist steifer, schwerer zu bewegen. Und meinen Blackout haben Sie ja selbst erlebt. Lucius sagt, dass ich ins Nichts starre, ein paar Mal blinzle und dann weiterspreche, als wäre nichts passiert. Wie sieht also Ihre Diagnose aus? Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben. Arcade ist eine gute Ergänzung für mein Gefolge. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben. Die Diagnoseeinheit für den Auto dort, die Sie gefunden haben, hat funktioniert. Ich habe erfahren, dass Sie Silus getötet haben, bevor er auspacken konnte. Das gefällt mir. Kommen Sie in mein Zelt. Wir beide werden uns unter vier Augen unterhalten. Ich möchte, dass Sie den Mojave-Verband der stählernen Bruderschaft zerstören. Keine Angst, das ist kein vollwertiger Verband. Die Verderbten. Sie wollen sterben? In Ordnung. Praetorianer! Tötet dieses Arschloch! Die Schlacht wird bald stattfinden. Legat Lanius naht. Sobald er ankommt, wird die Legion den Hoover-Staudamm angreifen. In der Zwischenzeit haben die Verderbten ein Begrüßungsgeschenk für uns vorbereitet. Der Präsident der RNK will den Hoover-Damm besuchen. Sie haben Präsident Kimbel wirklich geschickt erledigt. Und direkt vor der Nase der RNK. Was für eine Demütigung. Warum haben Sie Präsident Kimbel nicht angegriffen? Sie haben Fragen, obwohl Sie das mit den Rumsern noch nicht erledigt haben? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen. Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Wir sprechen uns wieder, wenn Sie das zerstört haben, was sich in dem Bunker befindet. Nicht vorher. Vor kurzem habe ich eine Erschütterung des Bodens gespürt. Ich nehme an, das bedeutet, dass Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Dann machen wir mal weiter. Wie schon erwähnt, möchte ich, dass Mr. House aus dem Spiel genommen wird. Auch Sie profitieren von seinem Tod. Wenn er herausfindet, dass Sie seine Apparate unter dem Fort zerstört haben, wird er sich rächen. Sie wissen, wo Sie ihn finden. Wie er stirbt, überlasse ich Ihnen. Wir haben Wochen damit verbracht, die Großkarne zum Beitritt in die Legion zu überreden. Und Sie haben es vermasselt. Oder etwa nicht? Bringen Sie Neuigkeiten von den Rumsern? Ich wollte Sie beauftragen, eine Allianz mit der Feindschmeckergesellschaft zu schmieden. Aber Sie haben Ihre Anführer bereits getötet. Stattdessen... Oh, verdammt nochmal! Ich möchte, dass Sie eine Allianz zwischen Caesar's Legion und der Feindschmeckergesellschaft schmieden. Früher waren Sie Kannibalen. Diese Informationen können Sie sicher verwenden, um sie zu manipulieren. Gehen Sie zu... Oh, verdammt nochmal! Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über die Feindschmeckergesellschaft, nicht wahr? Präsident Kimbel war auf dem Damm direkt vor Ihren Augen. Und doch lebt er. Wie zum Teufel konnten Sie das vermasseln? Meine Truppen sind in Position für den Angriff auf den Damm. Legat Lanius hat das Kommando übernommen. Sind Sie bereit, zu ihm zu gehen und ihm mitzuteilen, dass er den Angriff beginnen soll? Sie haben Fragen, obwohl Sie das mit der Bruderschaft noch nicht erledigt haben? Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben. Sie sind ein Krieger und ein Heiler. Eine seltene Kombination. Monate habe ich die Omortis bestochen und ihren Verrat gefördert. Und Sie vermasseln es! Diese Bezahlung sollte Ihre Mühen ausreichend entschädigen. Also, bevor wir hier noch sentimental werden, am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Fort 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke. Und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Verflucht doch mal! Gehen Sie! Kommen Sie wieder, wenn ich wieder wach bin! Ich habe Sie gewarnt! Sie sollten mich in Ruhe lassen! Praetorianer, töte dieses Arschloch! Hatten Sie Erfolg dabei, die Feindschmeckergesellschaft zu rekrutieren? Wenn Sie mich erneut beim Schlafen stören, werde ich Sie umbringen lassen. Wir sprechen uns später. Wurde die Bruderschaft zerstört? Einer unserer Agenten hat einen erfolgreichen Anschlag auf den RNK-Präsidenten durchgeführt. Ein Stamm, der sich Großkane nennt, hat sich uns angeschlossen. Ich hoffe, dass Sie gut kämpfen können.